Sie benötigen einen individuellen Stempel für Ihr Unternehmen? Kein Problem. In unserem Online-Shop erhalten Sie individualisierbare Datums- oder Textstempel in verschiedenen Ausführungen. Wählen Sie den gewünschten Stempel aus und geben Sie die Bestellung auf. Nun erhalten Sie ein Stempelgehäuse und einen Gutschein für die Stempelplatte. Diesen Gutschein können Sie im Internet oder über den mitgesendeten Bestellgutschein postalisch einlösen. Für die Online-Bestellung besuchen Sie zunächst die auf dem Bestellgutschein ausgeschriebene Website. Hier tragen Sie nun Ihren Gutscheincode in das Feld Kontrollnummer ein und können mit der Gestaltung beginnen. Zunächst können Sie ein Muster mit der gewünschten Schriftart auswählen. Geben Sie anschließend einfach Ihren gewünschten Text in die entsprechenden Zeilen ein. Achten Sie dabei darauf, dass Ihr Text nicht zu lang bzw. die Schriftgröße nicht zu groß ist. Dies können Sie hier bei der Ansicht gut überprüfen. Falls gewünscht, können Sie auch noch einen Rahmen hinzufügen. Das möchten wir für unseren Stempel nun nicht haben. Wenn Sie alles entsprechend eingegeben und ausgewählt haben, haben Sie nun noch einmal die Möglichkeit, den Textkorrektur zu lesen. Dabei können Sie mithilfe der Zoom-Einstellung eine vergrößerte Ansicht auswählen. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, können Sie über den Zurück-Button alle vorherigen Einstellungen noch einmal überarbeiten. Wenn alles seine Richtigkeit hat, können Sie Ihre gestaltete Stempelplatte in den Warenkorb legen und die Bestellung abschließen. Sie möchten den Bestellgutschein lieber über den Postweg einlösen? Dann können Sie hier entsprechend Ihren Stempeltext definieren und die gewünschte Schriftart auswählen. Hier haben Sie die Wahl zwischen Helvedica, Times und Verdana. Auf der Rückseite des Gutscheins müssen Sie dann nur noch Ihre Adresse eintragen und das Ganze frankieren und schon können Sie die Karte abschicken. Nachdem Sie den Gutschein eingelöst haben, dauert es nur noch wenige Tage, bis Sie Ihre individuelle Stempelplatte erhalten. Einen individuellen Stempel zu erhalten, ist also ganz einfach. Besuchen Sie unseren Online-Shop und bestellen Sie Ihren persönlichen Stempel. Einen individuellen Stempel.